Es ist Zeit für warme Bauchgefühle und für das große Happy End. Es erfüllen tausend Wünsche, ihr Weihnachtsmann und seine Crew. Hey, wir sind uns alle einig, Weihnachten ist super gut. Freunde der totalen Sonnenfinsternis, ich freue mich mega bei diesen Adventskalendern mitmachen zu dürfen. Ich bin Vic von Metachemie und hier sitze ich normalerweise und mache meine Videos und berichte über das Aktuelle aus dem Rock und aus dem Metal. Aber heute geht es hier um Weihnachten. Was mir bei Weihnachten immer gefallen hat, waren die Lieder zu singen, die jedes Jahr so gesungen werden. Obwohl, naja, das Mitsingen hatte mir nicht so viel Spaß gemacht. Aber mich hinzusetzen und zuzuhören. Und besonders zu Weihnachten, da kamen die Songs, die sonst nicht gespielt werden. Und da musste meine Tante immer die Notenblätter holen, weil hey, diese Songs, die spielst du tatsächlich nur alle zwölf Monate. Und man gibt die Lieder weiter, die einem selber am Herzen liegen und Jahr für Jahr wird es dann an die nächste Generation weitergetragen. Und ich dachte, ich mache es genauso. Ich schaue mal, welcher Song ist heutzutage gar nicht mehr bekannt und den greife ich jetzt auf. Und ich habe das tatsächlich genauso umgesetzt. Ich habe mir jetzt die Noten bzw. die Akkorde im Internet rausgesucht, habe meine Gitarre hingestellt und ich versuche das mal ad hoc mit euch zu singen. Hey du Weihnachtsmann ist das Stück und stammt von Frank Schöbel und das Ganze ist sogar noch zwei Jahre älter als ich. Es wurde 1985 veröffentlicht. Also versuche ich mal mein Glück und spiele das mal mit euch gemeinsam durch. Ich muss hier noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, weil sonst übersteuert das Mikrofon. Denn dieses Mikro ist eigentlich nicht für Singen geeignet. Ich wünsche mir, du Weihnachtsmann, einen kleinen Teddybär, der mit den Augen zwinkern kann und tanzen hin und her. Ich wünsche mir, du Weihnachtsmann, eine kleine weiße Maus, die ich spazieren führen kann, wie zum Umum unser Haus. Hey du Weihnachtsmann, ich weiß, du kriegst das hin, denn meine Wünsche sind so klein. Hey du Weihnachtsmann und die ist die Maus nicht hin. Daher kann es bitte auch ein kleines Hängebauch, ein kleines Hängebauchschwein sein. Ich wünsche mir, du Weihnachtsmann, einen echten Zirkus-Clown, der tolle Faxen machen kann und auf die Pauke hauen. Ich wünsche mir, du Weihnachtsmann, ein kleines Brüderlein, weil man den Storch nicht trauen kann. Der soll ein Schwindler sein. Und hey du Weihnachtsmann, ich weiß, du kriegst das hin, denn meine Wünsche sind so klein. Hey du Weihnachtsmann und die ist kein Baby, denn da kann es bitte auch ein kleines Hängebauch, ein kleines Hängebauchschwein sein. Ja Freunde, bei weitem nicht perfekt, aber es geht darum, einfach nur ein bisschen Spaß zu haben mit Weihnachtsliedern. Generell mit Musik sollte man einfach nur Spaß haben und wenn man ein bisschen daneben liegt, alles halb so wild, Mann. Aber fürs Erste entlasse ich euch heute und macht's gut, bis bald, euer Vic von Medachimie. Und ich kann sie gerne mit Ihnen sehen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020